jetzt muss ich nur noch mal irgendwann auf den christkindlmarkt und schön zu habt ihr da war ich mal wann anders ja der ist halt ein bisschen was besonderes in anfangs strichen weil er eben in einem naturbelassenen umfeld sein soll ja das ja das merkt man weil das ist sehr anstrengend als die ganze zeit hoch und runter und die gehege sind auch relativ sondern sollen natürlich sein wobei ich dazu sagen muss ein tierschützer sehen das natürlich anders ist klar wie üblich zu klein halt meinen ja das das ist immer so so unterbreche ich euch jetzt oder nein ich glaube wir sind fertig also routing in railcraft es gibt routing switch motoren die sind dafür da dass wenn man jetzt normal mit einem zug hat und ich habe jetzt natürlich kein strom darum schiebe ich ihn einfach mal und gerade kommt passiert nichts und erfährt einfach geradeaus jetzt möchte man aber vielleicht dass der zug nicht geradeaus fährt da gibt es jetzt zwei möglichkeiten und zwar wenn wir in diesen routing switch motor rein gucken sehen wir er hat platz für eine routing table das ist ein buch das können wir öffnen und dann sehen wir erst mal text bzw nichts weil da ja ein buch halt ist wenn man auf help drückt sieht man ein bisschen was mit erklärung syntax und sonst was keywords sind and or not das ist einfach dass man ja was verbinden kann und dann gibt es noch wichtige sachen einmal dest also destination owner also besitzer name also wie die lokomotive heißt typ ist es eine lokomotive ist es ein minecart und dann noch bedingungen also riding also fährt der und der damit oder ist irgendjemand da drauf also riding ist player name spezifisch ridden ist einfach ja nein dann gibt es noch farben braucht nachladen 3 fuel und redstone also hat eine power und ein example script hier auch noch angegeben destination ist the farlands mit anderen worten wenn die destination sehen wir gleich was man da wieder das machen kann der farlands ist dann fährt darüber wenn die farbe schwarz und rot ist dann auch und wenn es nicht der owner richard ist und gleichzeitig die destination dass da ist mit anderen worten das ganze kann man so ein bisschen verschachtelt machen wenn man programmieren kann ist das ganze vermutlich etwas einfacher zu verstehen als wenn nicht aber im prinzip kann man das ganze so sehen solange nichts da steht ist es ein oder mit anderen worten das hier oder das hier oder das nächste sobald ein end kommt werden die nächsten theoretisch zwei anweisungen genommen jedoch durch dieses nord wird die nächste anweisung negiert mit anderen worten das end in dem fall bedeutet nicht der eigentümer richard g und gleichzeitig noch dass die bedingung das hier entspricht ähm das ganze ist im prinzip ähm wie heißt es äh blablabla logik äh wie hieß das ding ähm bullshit algebra genau oder das ähm wir werden das ganze nicht ganz so kompliziert machen ich vermute mal nicht dass wir mit riding und sonst was äh arbeiten werden aber ähm was wir benutzen werden ist auf jeden fall die destination und eventuell auch die farbe äh wie wir jetzt die also wir können jetzt hier zum beispiel reinschreiben das ist gleich test gut und dann können wir hier einen rechtsklick machen und dann ist das ding in der routing table und ähm funktioniert wie kriegen wir jetzt die lokomotive dazu dass sie als destination test hat wenn der lokomotive öffnen sehen wir hier ein platz für ein ticket und zwar geht das einmal mit einem goldenen ticket oder mit einem railway ticket dass der vorteil von einem goldenen ticket ist wir können rechtsklick machen und sehen hier schon test ist gleich und da können wir jetzt reinschreiben test und wenn wir jetzt hier ein rechtsklick machen und das hier reinlegen sehen wir aha diese lokomotive will nach test anderen worten wenn wir jetzt noch mal schieben dann sollte vielleicht funktioniert es nicht wenn ich sie schiebe möglich wahrscheinlich funktioniert es nicht weil ich sie schiebe würde theoretisch wenn sie strom hat der routing motor sagen okay ja test kenne ich und sie hier rüber schicken okay also ganz kurz so quasi ja nicht relevant ist heißt wir geben diesen ganzen leisen einfach einen beliebigen namen und ich muss dann bloß noch die adresse von dem ding dazu wissen was richtig ist was ich konnte genau und das ganze ein bisschen weiter erklärt wie das ganze dann noch hier sieht man jetzt eben dadurch dass sie das goldene ticket hatte steht die destination jetzt hier fest drin wenn ich das jetzt hier ändern würde test 2 und hier wieder rein lege öffnen dann steht hier ändert sich hier die destination das ganze kann man auch automatisieren über diese routing tracks hier kann man nämlich ein goldenes ticket reinlegen und dann dann kriegen sämtliche züge die hier drüber fahren diese destination gesetzt die in diesem track drin ist und was wir jetzt eben machen wollen ist mit einem computer diese namen in diesem ticket ändern das geht eben über ein programm wo man dann eben sagt setze den wert das der destination zu dem und dem wert den man eingibt und das wird flug ihm machen genau und wenn dann äh klang jetzt nicht positiv können wir auch mal kurz mal schauen ob das jetzt funktioniert wenn ich das ganze schiebe ich sollte vielleicht mal entscheidet tracks benutzen mit dem man sowas auch testen kann wenn sie gerade ausgehen so ich nicht also wenn wir jetzt hier die bei mir nur tippen ist schwierig weil so wenn wir hier die lokomotive draufstehen hat es kein ticket das ding hat jetzt hier das ticket mit destination 2 nächste zeile neue zeile lehrzeichen 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 ja ok punkt moment geschwungene klammer auf das ding brauchte ein redstone signal das ding brauchte ein redstone signal sowie diese lampen machen krass hell redstone tortsch wir haben das ganze noch mal welche diese flat lampen muss nur mal in den gang reinschauen so jetzt sei es gepowert und jetzt theoretisch bitte bitte genau wenn es drüber fährt kriegt es eben das ticket test 2 zugewiesen und wenn wir es jetzt öffnen sehen wir eben das ist die destination und somit können wir eben mit einem computer äh zuweisen wo das ganze hinfahren soll indem wir eben dann die tracks so anpassen dass es passt was man bei dem ganzen noch sagen muss das ganze ist eine wortsuche mit anderen worten wenn wir hier reinschreiben test dann ignoriert der alles was danach kommt dementsprechend wenn in dem ticket drinsteht test 12345678910 ist es ihm wurscht solange der string der hier also string text der hier drinsteht in dem was hier vorbei kommt gefunden wird mit anderen worten er findet test und schaut ab da nicht weiter das kann man auch dafür nutzen um ihm zu sagen okay alles was mit entladen beginnt soll hier lang und danach kommt dann entladen holz entladen kohle und sonst was wo dann die tracks oder switches oder wie auch immer danach eben noch densitiver sozusagen eingestellt sind sondern jetzt habe ich lang genug geredet irgendjemand anders wollte auch mal was sagen nein das ist hier die das ist die routing track okay ich glaube routing track du brauchst ein adapter dazu nehmen ja gut wie soll der strom raus das ist die frage also routing underscore track such dir von außen der position aus hallo it's julian hd ich hoffe das war wenn du geschickt verstecken willst brauchst du noch eine doppelte doppelte ich wollte noch ein paar schienen zu verstecken trick tricks eine ahnung doch nicht in einem reaktor gebäude ich verstecke man wie heißt noch mal das texture pack die wir verwenden das texture pack heißt suartex suartex schreibt man das dann würde ich sind die s u a r t e x ok praktischst dürfte hier sein wo 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 da über dir kommen wir da mit einem hv kabel von immersive engineering beziehungsweise mit zwei russ das heißt theoretisch schon gut weil dann baue ich das ich glaube der receiver hier der receiver da er verknüpft ist mit dem block signal erkennt wenn er sie schicken signal raus wenn er sich ändert also der moment 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 i show you doch kurz meine frage ist woher weiß ich wann von diesem digital receiver okay er schickt ein event und in dem event steht eben drin welche farbe er hat und das heißt wir müssen eine farbe mit einem namen von dem track beziehungsweise die adresse von dem ding was das schickt ach die haben jeweils ein eigenes und die haben boxen oder was wir haben pro signal eine box okay das heißt die box also wir haben okay also die okay also für jedes wo ich was hinschicken kann gibt es eine box und die kann mir sagen wenn es hier frei ist genau okay wie ist das ding was wir brauchten um zum linken glaubt nämlich hat das hat putze nicht in seiner tat ist sondern einfach nur so in der tasche grober das andere linken wo ist es denn nicht der electric meter den möchte ich auch noch brauchen hier signal block vielleicht ist auch hier drin wer was der digital signal receiver doch doch der schicken event wenn er sich die farbe ändert also wenn er wenn die sehen ist heißt steht in dem handbuch nein doch nein was dachte ich bloß das vom detektor drin dass der event steht beim signal steht nichts drin von events ich kann schnell nachschauen moment ich dann kann ich euch mal zeigen was ich in meiner singleplayer welt gebaut habe muss ich ja den stream an machen ohne ton sonst wird es verwirrend sonst wird es verwirrend 16.000 dann seht ihr auch mal was ich was was da raus kommen soll also wir haben hier eine lokomotive ja er spoilt hier wieder ganz wild durch die gegend die hier fröhlich rum fährt und wenn wir jetzt hier den track freigeben dann jetzt immer noch zum hauptbahnhof und jetzt merkt sie auch da müssen wir hier weg jetzt immer noch frei genau aber jetzt ist er besetzt so und darum fährt er sie jetzt zum neben gleis und fährt jetzt hier rein wenn ich das auch noch besetze dann fährt sie zum abstellgleis also ganz hinten hin so und wenn ich jetzt hier wieder frei gebe da fährt sie wieder hier rein genau da und das event das event heißt aspect underscore change und das war genug gespoilert genug gespoilert ok so ich wollte noch einen tuner genau und dann kommt noch an klemmen so wird ein schuh groß so wahrscheinlich war es in der kiste oder nicht mal den hier brauche ich so da können wir nämlich jetzt hier einmal sagen dass das hier was steht denn da wo kommt denn die magnum torch eine ahnung ich hab die doch nicht hingesetzt flo hast du grad stone richtigen stone ich hab gar nichts weil hier wer ein blogger aus der handel du hast aber garantiert noch mal ein stone so ganz kurz zur erklärung was mir hier gemacht haben die gröfner battery hatten wir vorhin ja ganz kurz uns angeguckt die gröfner battery gibt uns in summe die gröfner battery kann maximal 1,1 terachule speichern und emittiert maximal 1024 ampere mit 16.384 volt das entspricht dann einer leistung von 16,77 megawatt die 16,77 megawatt kann man hier abgreifen wenn ein positives red zone signal liegt wird hier am oberen punkt energie abgegeben über das kabel in den induction motor im induction motor wird aus der elektrischen energie bewegungs energie also quasi die in einen rotational dynamo weitergegeben wird soweit so gut und hier kommen wir bekommen dann rf raus ist okay soweit so da muss man aber noch eine kleinigkeit beachten und zwar machen wir mal hier das cover weg und dann können wir hier eventuell den schalter da so und zwar diese rotational dynamo der jetzt ein bisschen gewach macht sagt uns nämlich conversion limits exceeded power is being wasted glücklicherweise geht er nicht in die luft riesengroßer vorteil bekommt momentan 16.777 megawatt mit 2048 rad das ist das was die induction motor hier ausgibt den kann man noch upgraden mit einem flux amplitude upgrade aber trotz allem müssen wir uns das noch mal im handbuch angucken weil der hat nämlich gewisse limits und ich glaube da hatte ich was übersehen gerade oder vergessen wir mal gleich mal gucken nachdem wir mal eine kleine runde geschlafen haben dann bin ich den clean stone lieferant wo bist du denn da hinten ja meine pickaxe ist zu gut ich brauchte endlich mal silk touch drauf da ist doch dann ist er nicht gut genug ja im prinzip haue ich die sachen halt zu schnell und dann gucken wir hierbei die gleise hat nichts aushalten so dieses so und er kann maximal 1024 newtonmeter auf torque bei 2048 wenn er abgegradet wird und maximum 8192 rad dann schalten wir es einfach mal ein verschwenden wir mal ein bisschen energie die 2048 rad haben wir die 16,77 megawatt haben wir auch das heißt wir müssen die maschine einfach nur einmal upgraden mit einem flux amplitude und dann ich glaube das muss stromlos sein so jetzt ist er upgrade und wenn wir jetzt nochmal schauen steht hier wieso produziert jetzt nur 8065 rf ich dachte er produziert mehr hat gerade bing bing gemacht hallo skyblue passt aber passt aber trotzdem neue piraten aber da kommt tatsächlich nur 8065 rf raus ok ein bisschen schwach ja ist schon ein bisschen schwach hätte ich auch gesagt mal zwei gut aber solange die türkine läuft wird das ding hier sowieso voll schauen wir mal aus wir wollen schon rechtsverkehr oder und dann geben wir dir auch noch ein ja gut so das können wir mischen so viel spannender ja mit brücken dazwischen oh oh das war übrigens als ich noch nicht wusste vor langer langer zeit als ich noch nicht wusste dass england tatsächlich auf einer eigenen insel ist ich habe schon wusste dass es rechtsverkehr dass es dort linksverkehr gibt habe ich mir mal ausgemalt wie da die brücken sein müssen wie die an der grenze da ist noch was falsch ja so ähnlich nur ein kleiner habe ich dann sehr gerne irgendwie immer wieder aufgebaut hier passt es gut ok dann haben wir hier zwei jahren oder und irgendwann habe ich dann ja das war letztes jahr und irgendwann habe ich dann gemerkt so oh insel pade also ollie du hast jetzt hier zwei strom produzenten die müssen wir bloß noch anschließen momentan sind sie zwar aus aber das spielt ja keine rolle du brauchst wahrscheinlich noch ein paar ähm äh adapter oder adapter lo äh was ja du äh wir werden wahrscheinlich noch einen großen adapter brauchen ja gut dann schau ich mal dass ich dein rezept mache ähm das was dann in die dinge rein muss machen wir das über den namen fest oder wie legen wir das fest ähm das war der grund warum ich den mal ähm wie du willst ok ach ne moment so rum in die minecarts woher weiß ich was in dem also was wie ich das interface für das minecart mitführe das mit das kannst du darfst du dir selber überlegen habe ich noch nichts dann machen wir das über den namen wahrscheinlich anfassen oder jo dann können wir hier noch mal abbauen genau hallo damen ruhig ruhig das war heute noch nicht lang und noch nicht oft genug der fall dass keiner was sagt ja es ist immer geballt es ist immer geballt ja entweder wollen alle gleichzeitig reden oder was habt ihr gesagt ja was was hallo 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 das schmeißen wir auch weg so adapter werden als crafting ding verfügbar ja dann können wir das zeugs hier stehen jetzt wieder richtig und dann können wir die auch wieder an mister l ja müsste man auch die andere wie man auf die andere seite kommt ähm wissen wir noch nicht da arbeite ich noch dran also kransteig wechsel sozusagen so ich glaube es wird ich glaube es wird ein tunnel aus platz gründen das signal block ist not valid oh den da wollte ich aha aber guter punkt das hätte ich fast vergessen aber eigentlich ist es viel spannender cool was warum warum da jetzt diese mittlere also zum durchfahren quasi genau das mittlere ist die durchfahrtsspur ähm die ränder sind die halte raus das heißt mit anderen worten wenn hier einer steht dann kommt ja da kein der kommt ja nicht vorbei oder wenn hier einer steht wo du grad bist genau dann kommt da niemand durch dann sollte auch das signal die rot sein und dementsprechend kommt auch niemand rein okay das heißt das sind aber jetzt nicht vier gleise sondern eins es ist ein gleis hier ein gleis hier also bahnsteige ein glas hier und ein gleis hier also es sind insgesamt vier okay wie lange sollen die züge werden ja schauen wir mal also natürlich die werden nicht komplett das ding machen aber ich dachte mir es ist ja wir können das ganze auch noch mal in der mitte aufteilen und verdoppeln aber ich dachte mir ist es ein bisschen doof wenn wir so 15 nebeneinander haben ja also halbieren würde ich schon noch mal dann muss ich jetzt die flo hm der daniel will halbieren halbieren äh was die gleise noch mal halbieren äh ändert das irgendwas für mich nö nur dass es doppelt so viel wird das ist mir ja prinzipiell egal richtig so lange es nicht mehr als 64 Adapter werden ja sollten denke ich nicht also ja aber ich glaube es war richtig dass ich den server gecraftet habe oder wenn wir jetzt das ganze nochmal verdoppeln wahrscheinlich schon sag einfach ja dass wir da hören ja 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 er will die absolution haben dass du hier das hast du toll gemacht genau ja hui äh Daniel dann sag dir doch bitte mal wo die mitte ist ich höre ich nicht apropos ich hab Durst ja meins 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 oh da liegt Wulle äh ok Entschuldigung wir spielen kein Bingo wir spielen kein Bingo äh Daniel wo ist die Mitte wenn ich mich nicht ganz vermessen habe ist teile ich es gerade hier auf das ist sehr vermessen von dir da ist noch unsere Teststücke wir haben ein bisschen Material naa Schwein wie du frisst meine Kabel ja grunzen grunzen auf wo dich hin es sieht halbwegs mittig aus ähh ich bräuchte noch äh Routing Routing Ähm Keine Ahnung wenn wir schon brauchen Hv Kapazity hat der eine Begrenzung ich glaub nicht ne So, morgen nächste Frage. Okay. Gut, dann setze ich da die zwei HV-Körper-Sitters, die ich zum Testen gebaut hatte. Einfach mit rein. Ja. So. Schließen wir doch den ganzen Kram mal an. Läuft. Gut. Weil, dann müssen wir natürlich, wird natürlich interessant. Töten die elektrischen Gleise? Eine Frage von Wupsi. Machen Schaden, wenn du keinen so lustigen Anzug anhast, machen sie gleich einen Schaden. Raus Gummischuhe, sonst kriegst du Schaden. Ja, Gummischuhe sind in. Ich glaube, diese Overall reicht auch, oder? Ich weiß es nicht, ich habe die Schuhe im Kopf. Das war schon wieder so lange her. Du hast die Schuhe im Kopf, das wollte ich gerade fragen. Hä? Da hast du was grundlegend falsch verstanden irgendwie. Mhm. Wie? Wo soll ich da mit einer Mütze hin? Nicht an die Füße. Schuhe und Head, das hatten wir schon. Genau. Äh, hallo? Da. Interface, Interface, Interface. Oh Gott. Jetzt ist wieder das typische Problem, wie rum muss man die Dinger anschließen? Äh, ja. Blau, ein, orange, Schraus. Was ist für Leuchtungssystem aus, denke ich hier? Und drehen mit einer Branch oder mit dem Hammer, ne? Genau. Wie drehen? Ja, ich müsste, ich müsste drehen. Hä? Verstehe ich nicht. Was willst du da drehen? Kannst du mal die Ausgänge ein- und ausschalten. Ja, genau, das meine ich. Daniel, ist das okay so? Okay. Also blau war... Moment. Rein. Gut. Na mal mehr. Raus. Raus. Rein. Jetzt stimmt's. Die fahren dann hier rein, oder? Ja. Die fahren hier wieder rein in das Ding und... Sieht sehr lustig aus. Ja, es geht nur nicht an, dass ich kann... Ich meine, hier stehen wir in drei Richtungen. Die stehen ja nicht bis hinten, oder? Wahrscheinlich. Äh, ne. Olli, hättest du noch drei HV-Konnektoren für mich? Du könntest theoretisch das hier noch ein bisschen kürzer machen, dass du die hier vorziehst. Ich hol sie mir ab. Wen vorziehe? Also, nicht dahin, sondern hier lang. Okay, dann muss ich wieder... Ja, dann sieht das aber genauso verplant aus wie hier. Ja. Wenn dir das lieber ist... Ja, macht ja nichts.